Herzlich Willkommen zurück zum Daily Ranking in Atlas Reactor. Und ich habe einmal Lust wieder ein bisschen weiter Ranking zu spielen, ein bisschen hoch zu spielen. Bitte band jetzt nicht wieder sinnloserweise Helio, der kaum noch was machen kann. Bitte band irgendwas sinnvolles, Asana zum Beispiel. Weil die in jedem fucking Match gepickt wird. So, dann kann man die schon mal nicht mehr picken. Jetzt kommt der Quark Bun, der irgendwie jetzt üblich ist. Ich weiß noch nicht warum, aber wahrscheinlich weil es einfach so ein starker Heiler ist. Ich hatte gerade schon ein Match mit einem Instant Kagan Pick. Und Kagan ist nicht wirklich stark meiner Meinung nach. Bei der Kagan hat sich gerade eben ganz okay angestellt. Tja und ich muss wieder den Frontliner mimen. Schade, dass ich immer so weit hinten bin mit einem Pick. Ich will jetzt mal den klassischen Support Frontliner nehmen. Rampart. Versuchen wir es mal. Wow, da kommt sogar der Helio Pick. Das ist unerwartet. Hätte ich gesagt finde ich sogar Orion stärker als Helio. Am Ende kann er auf dem Schaden medieren. Also verhindern mit seinem Schild. Aber... Weiß nicht. Bin ich so ein Freund von Helio. Vielleicht fehlt mir auch einfach nur die Einsicht dafür. Vielleicht fehlt mir auch einfach nur die Einsicht dafür. Ich habe einen Mods drauf. Energy. Leben. Pro Block. Double Pull. Shield. Das ist der Standard glaube ich. Ich habe mich drauf gelassen. Und hier Maximum Distance. Bei 2. Tja. Hoffen wir das wird was. Diesmal auch wieder mit Musik. Die habe ich endlich mal dran gedacht. Die einzustellen. Und das sind anscheinend die neuen... Oh, kann ich grad nicht anzeigen. Moment. Das sind anscheinend die neuen Symbole, die es jetzt in der neuen Box gibt. Das ist so ein Valentinsthema Box. Okay. Wenn da keine Folge, gehe ich dahin. Er geht dahin, er geht dahin, er geht dahin, sie geht dahin, okay. Der will eh reinspringen. Der, sie sieht, mach ich mal so. Und ich gehe mal dahin. Ja, die Chromaskin drin fällt mir grad mal auf. Ist aber ganz nett. Wir machen dich mehr attraktiv. Okay, er springt ins nächste Runde. Oh, what? Er kommt weg. Hattet mir grad mal ein Might überschrieben. Ich hoffe nicht. Oh, netter Treffer. Ne, der Treffer. Ne, der Treffer. Ne, der Treffer. Und, was das Double Button heißt, möchte ich gerne haben. Dankeschön. Keinen Bock, dass du wieder meine Leute kaputthausst. Oh, dass sie da ist, hab ich nicht realisiert irgendwie. Okay, sie haben wir durchgedasht. Ach, weil sie dem ausweichen wollte, dem wir einen 20 Schaden bringen können. Ah, dann krieg ich zumindest Leben. Oh, ich hab ein Might. Oh, jetzt krieg ich nochmal Leben. Das macht mir halt kaum Schaden. Die ist doch da. Ich bin ja nicht doof. We don't have divided. In progress. Bin doch nicht doof. Okay, halt. Das ist schon mal ganz geil. Oh, du möchtest dieses Überrasch. Wenn du Schäden möchtest. Ich muss jetzt nicht auf den schießen. Aua. Stopp it. Beatdown activated. Beatdown activated. Ach, das klaut ihr doch wieder. Manipulierter. Manipulierter. Zeit, um ihn zufrieden zu machen. Oh, der hat nicht mal getroffen. Schau mal einer an. Ich will sehen, ob das aktiviert wird. Hm, da ist zwei Leute. Nice. Siehe, da ist vier, zwei Leute. Mega nice. Sie macht ordentlich Aoe damit. Der Mensch damit. Ja, sieh, das klaut noch klar. Und wir sind knapp. So, und nicht erst mal da drauf, damit ich das krieg. Nächste Runde kann ich wieder blocken. Ich hab langsam genug getankt. Und er kann... in den ersten zwei Runden wieder heilen. Und in zwei Runden noch, dass wir die Bubble benutzen. Ist bisschen kacke. Und du das nirgendwo hin. Sie schießt wirklich immer knapp vorbei. Noll, es springt zurück. Was habt ihr da? Ich muss mal blocken. Ich muss es zumindest versuchen. Sie ultet. Trefft sie denn mal die beiden? Ich bin gespannt. Oh fuck. Ich hab nach unten geglaubt. Ich hab nach rechts, aber nach unten. Das wäre deutlich besser gewesen. Wir machen dich mehr attraktiv. Haha. Entschuldigt? Black hole? Attraktiv? Hm. Geh mal trotzdem die beiden. In der Kampf! Wir lieben, zu spüren! Das könnte bitter werden, Teddy. Das Speck hat doch 180 Schaden. Krass, Suki. Die teilt aus. Bam, 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 bam. Weaponsystems bereit. Bewege mich mal ne Runde. So. Geh mal dahin, um die beiden zu schützen. Hm. Hat sie mir so wenig getroffen und ich hab sogar noch Highlights bekommen. Bup, bup. Jopa. Bitte. Er hat sie mich selbst geschützt. Krass. Das ist ein bisschen Overkill. So, da brauch ich alles was ich kriegen kann. Und wir ziehen ran. So. Wie lange ist er nur? Ich glaub nur... Ja, das ist wieder sichtbar. Schade. Ja, das hättest du mal auf dich machen sollen. Äh, ich hol sie ja ran. Hm. Das ist wieder. So. Jetzt müssen sie ja wieder ausweichen, äh, oder rein olden oder sowas. Systeme sind auf. Sie kann mir noch vollen Schaden machen. Äh, nicht mehr. Es left the match. Gut, Moment mal. Okay. Ich hab's gewonnen. Ja. Ich bin jetzt hier. Ja. Blössi ist das Trivus? Ja. Ich hab's gewonnen. Hm, verstehe ich nicht ganz warum. Wenden mal, das ist von vorher, lol. Nevermind, das ist nicht dieses Match. Und sie ultert, okay. Um mich zu töten. Wo sind meine Hälte? Sie holt sich Heilung, okay. Mh, willst du da wirklich reingehen mit deiner Ultim? Bin mir nicht sicher, dass es funktioniert, äh, wegrollen kann wahrscheinlich. Ja, kann sie. Okay, damit rüsst du sie nicht mehr. Wenn es nicht kaputt ist, werde ich das fixieren. Okay, sie zündet ihre Heilung und holt sich nach Heilung. Sie kann nicht ausweichen. Dann wird sie wahrscheinlich einfach rein ulten. Machen zumindest die meisten, wenn sie niedriges Leben haben. Sie können sich aber auch versuchen, das hier, glaube ich, zu holen. So ist die Heilung, die hier rumliegt. Aber sie ulti wurde errangig. Okay. Nice dodge. Oh, das ist dafür bitter. Hey, watch it! So, die macht eine ordentliche Arbeit. Wahrscheinlich auch mal die Stats gucken, oder? So, die 480. 260, 270. Hier, macht eine ordentliche Arbeit. Er könnte springen in uns rein. Mal sehen. Aber er könnte wahrscheinlich auch erst einfach nächste Runde springen. Ich werde meine Magie arbeiten. Ja, gut, Science. Heilung interveniert. Hey, was ist das? Ah, fliegt da. Unser Kagan. Sie könnte wegrollen. Ich glaube nicht, wenn ich so mache. Zumindest trifft sie dann nicht mehr. Sollte zumindest nicht treffen. Teor Rage. Ich hoffe, das passt jetzt. Dem, was ich mir denke. Oh, sie rollt gar nicht. Sehr gut. Und das ist jetzt perfekt. Ich werde nicht geslauert. Sehr gut. Ja, damit ist sie tot. Dann hätte ich mir das sparen können. Das ist nicht der Ende. Glaub mir. Hm, er kann springen. Sie kann nicht ausweichen. Er kann nicht ausweichen. Sonst zwei Leute, die nicht ausweichen können. Und er kann ausweichen. Ich glaube, die wir unsere Support schützen, glaube ich. Insgesamt. Ich glaube, ich werde nicht ausweichen. Ach, verdammt. Sie ist lower. Ich hätte auf meine... ...meine... ...meine Intuition vertraut. Wahrscheinlich. Okay, das hat er eh getroffen. Das hat er aber nicht getroffen. Aber das ist eh gut, GG. Sursion, haben wir doch gut gewonnen. Und Suzuki hat das vor allen Dingen gewonnen. Die hat unglaublich viel Schaden gemacht, auch am Ende jetzt die letzte Runde noch mal fast 200 Schaden. Ne, waren sogar über 200. Ne, die hat 730 Schaden gemacht, das ist schon krass. Krass, das ist durchgecarried. Hier würde ich sogar mal eine Runde adden, wenn nicht. Hier, Ranker, wir sind Bronze 4 geworden. Wup, wup. Using Viral Banner Background. Achso, hier. Jetzt haben wir einen Background gekriegt, das ist natürlich sehr, sehr schön. Jetzt sind wir schon wieder bei 50 von 100 in Bronze 4. Das geht doch relativ flott. Krass. Krass. Pranker 4 Solo on Petition. Er hat es noch nicht angenommen, aber ich will mal kurz reingucken, wie das Ding aussieht. Und zwar, ne, Collection ist es, oder? Guck mal, da. Dip 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 dip. Banner. 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 Backgrounds. Unlocked. Was Ding ist das? Hm. Aber so super ist er nicht. Ich behalte hier mal einen. Finde irgendwie angenehm. So. Relativ gesetzt. Weiß nicht. Ich fand den auch noch ganz cool, aber der passt schon von der Farbe her nicht. Der auch nicht. Der ist noch ganz schick. Geht die Farbe so unter. Ach komm. Nehmen wir den. Lass den drin. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen, ja, wunderschönen Sonntag. Ich hoffe ihr habt ein bisschen Spaß mit der Runde gehabt und ich hoffe wir sehen uns bald wieder. Bis dahin.